ich begrüße euch zu diesem Part hier am Samstag wenn ich das gerade eben richtig ausgerechnet habe habe ich im letzten Part gegen Ende hat tatsächlich gesagt mal wieder komplett von Sinn Prozent Prozent heute der Sonntag der erste Advent das ist natürlich Schwachsinn ich hatte mich verzählt weil ich so viele fehlgeschlagene Aufnahmen Start Start hatte und dann hatte ich irgendwie gezählt das wäre gestern die dritte Aufnahme oder ich habe mich jetzt eben verzählt und heute ist doch Sonntag naja es sind also mit den Tagen das habe ich nicht so das ist einfach das ist nee nee das ist nicht so das ist nicht so meins auf jeden Fall ja wenn ich weiter Zeit verdröhlen auf jeden Fall sollte es nicht gestimmt haben tut es mir natürlich leid dunkel laufen würde ich mal sagen für mich aber egal jetzt stellen wir auch schon einigen Kampf volle Ladung Action so einmal getroffen nein ich darf überall runterfallen aber nicht hier ich habe ja gerade gesagt volle Ladung Action und so und jetzt starten wir richtig durch es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession ich glaube ich sollte einfach die Aufnahmesession unterbrechen weil das gerade einfach absolut kacke läuft also es läuft nicht absolut kacke es läuft einfach es läuft einfach eben gar nicht so Nein so zweimal also jedes Mal wenn ihr runterfallen müsst muss man ihn noch mal neu einen also insgesamt wie oft muss man ihn insgesamt tun vier ich glaube sechs Mal das ist verdammt schwer nein also das ist einer der der schwersten Gegner der schwersten Gegner wollte ich sagen und bin runtergefallen ne ihr seht schon das ist nicht ganz so leicht die anderen Bosse waren doch deutlich einfacher zu erledigen weil man bei dem auch gar nichts sagen kann bei dem kann man kann nicht sagen wie er sich bewegt und wann er die nächste Kurve schickt er bewegt sich einfach so willkürlich so ich hoffe wir verbraten aber auch nicht den ganzen Part daran oder besser gesagt ich verbrate nicht den ganzen Part an diesem einen Boss drei Minuten und Kampf ich bin schon viermal runtergefallen das notfalls mache ich den Part hier noch länger so zweimal das ist grandios kann mir mal einer sagen was ich hier mache also nach Spielen sieht das nicht wirklich aus so und das was habe ich noch zweifeln vier Minuten gerade erreicht jay leck mich am Arsch du blöder Wurm ohr wo wo nein naja man muss mit ihm Geduld haben wenigstens ist die Musik halbwegs erträglich halbwegs erträglich also was ist erträglich ich finde sie natürlich wieder hammergeil ich hoffe euch gefällt der Zelda Soundtrack so viermal jetzt viermal ich hatte ihn schon viermal noch zweimal und er wäre gleich sind es fünf Minuten um um und und neun nein ich darf überall runterfallen aber nicht hier nicht in diesen mittleren Dings da hätte bei einer Kreis gesagt ne nein Uuuhh gleich falle ich hier schon runter so so jetzt habe ich hier unten in den Krieg auch keine Herzen mehr schreibt jetzt in die Kommentare ob das diesen paar noch was wird weißt du was das tut es nicht ich weiß das wird nichts das wissen das ne das wird nichts nicht mehr heute ist so das ist zwar war Naja 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 Ups Nein Könnte ich einfach weg bleiben Popp 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 So noch ein Treffer ich bin Darum Genau Genau diese eine Treffer So Weiß ja ich hab ich schon Das ist traurig Das ist nicht mehr witzig das ist einfach nur traurig Ich weiß nicht Der PC ist Auf dem PC ist irgendwie so ein Handicap Ganz bestimmt So Knapp Zwei Minuten Leute Könnt ihr mir sagen ob ich mich so blöde anstelle oder ob das wirklich so grad so schwer ist Ich hab weiß ich hab gesagt man muss mit ihm Geduld haben aber Wollen wir mal nicht übertreiben Geduld einerseits aber irgendwann Nervt's Einfach nur noch Nein 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 Das ist doch nicht zu fassen Vor allem wie regeneriert er sich denn hat er auch 10.000 Feen und die benutzt er dann So zwei Drei Drei Vier Nein Nein Ich begegne es selbst Natürlich nicht Aber das ist Ohne Scheiß Das ist Also ich finde ihn sogar schwerer als Ganon Ich hoffe ich habe nicht gespoilert Nein Da bewege ich mich nach unten Kann er nicht einfach nach oben gehen Ich bewege mich nach unten Dann könnte er doch nach oben ausweichen können So Und ich bin tot Zweite Fee verbraten Queen Queen Win Wenigstens nicht runtergefallen So Ich kann ja mal was das vierte Mal Das fünfte Ja 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 Am Ende des Parts Ja Oh lieber Gott Dankeschön Und Erling wird zum dritten Mal von einem fallenden Amulett erschlagen Oh mein Gott Du hast das Amulett der Weisheit errungen Geschafft Du hast alle drei Amulette Gehe jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern Zing Zing Oh ich kotze gleich ins Essen Das war ja eine schwere Geburt Oh mein Gott Das ist unbeschreiblich schwer gewesen Gebt offen zu Wer von euch hat gedacht das wird diesen Part nichts mehr Nein 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 Jetzt habe ich den ganzen Weg auch noch oben latscht Weißt du was hier beende ich auch schon den Part Mondperle schützt bla 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 So Warte ich hier neben dem Opa An seinem Tisch Er gibt mir in der Zwischenzeit was zu Essen und Ich verabschiede mich diesen sehr frustrierenden Part und sage Tschüss auf Wiedersehen bis morgen und vergesst nicht Trotz dieses Parts Genießt euer Wochenende Lasst euch von nichts unterkriegen Tschöööö.